hallo liebe freunde und willkommen zurück zu unserem alicante real estate youtube channel auf deutsch sie haben mich jetzt nicht ein bisschen gesehen weil ich bin gerade umgezogen habe mir gerade ein kleines haus gekauft aber das was ich ihnen jetzt zeige das ist ein großes haus ein wirklich großes haus wir sind hier in torre viaj im wohnviertel im stadtteil aguas nur was einer der besten stadtteile dieses gibt und da werde ich ihnen jetzt dieses wunderschöne haus zeigen ich bin sehr gespannt kommen sie mit wie gesagt ist das wirklich ein großes haus wir sind hier wie sie gesehen kann gerade im eingangsbereich wir haben den pool hier der im garten hier rechts daneben ist die einfahrt unten zur garage angenehme einfach die ist also nicht so steil wie sonst häufig ist wirklich großzügig und gut gebaut mit viel platz links und rechts passen wir haben hier die pool area im pool bereich sie hören die vögel im hintergrund zwitschern schauen sie schon mal ein bisschen das haus an haben sie schon mal eine vorstellung wie schön das aussieht sehen sie man merkt wenn man hierher kommt und ich werde ihnen nachher auch erklären warum das alles wirklich mit einem sehr hohen standard gebaut ist mit sehr hoher qualität ich bin eben einmal durchgegangen alleine wenn man die stufen runter geht man man merkt dass ich bin der mobilienagent also ich spüre sowas aber man sieht es hier auch im garten ist alles wirklich schön gepflegt ist man hat schön schön platz draußen für sich selbst für kinder für besuch man hat unheimlich viel platz in diesem haus es ist wirklich beeindruckend wirklich beeindruckend wenn wir hier hochkommen die besitzer sind gerade da mit dem bekannten wenn wir hier hochkommen haben wir hier die zentrale terrasse wo dort eigentlich wo es dann wo man hineinkommt ins haus dieses bedacht aber man kann es auch öffnen also je nachdem wie man dann möchte und hier ist dann der eingangsbereich auch hier können sie schon sehen dass alles wirklich von hoher qualität ist aluminium doppelfenster kippdreh wie in deutschland mit mit streben drin das heißt also sogar noch ein bisschen besser wenn man hier rein kommt dann sehen sie alles hier mit zentral heizung klimaanlage durch müssen sie müssen hier sein wenn sie die türen anfassen merken wir schon was ich meine mit qualität im eingangsbereich wenn man hier umgeht kommt man in so wohnzimmer wohnzimmer mit es bereich hier zusammen gelegt die leben im moment nur zu zweit hier deswegen brauchen die das nicht deswegen stehen hier auch bilder von den enkeln und kindern und hier ist das wohnzimmer mit kamin trotzdem ist zentral heizung hier trotzdem ist auch natürlich auch klimaanlage da überall das gesamte haus hat klimaanlage hier ist der kamin und von hier aus kann man auch wiederum rausgehen zu der terrasse wo sich links dann die hauptterrasse befindet oder man geht ums haus herum sie merken es ist ein richtig großes schönes wohnzimmer aber wenn man sich das ganze mal anschauen wie liebevoll es auch gemacht ist einfach klasse ist echt toll dieses haus ist deswegen so gut gebaut weil der eigentümer selbst bauherr ist und als er dieses haus gebaut hat da hat das für sich selbst gebaut das heißt da wo 60 cm vorschrift waren da hatte 80 genommen da wo 20 cm vorschrift sind hat 525 genau hat alles ein bisschen besser gemacht in diesem haus und das merkt man wenn man hier herein kommt hier ist der eingangsbereich da hat man gleich daneben die küche das das wohnzimmer küche es bereich alles zusammen wo man hier auch noch einen ausgang hat zur hinteren terrasse da kommen wir noch hin wo man auch sachen dann aufbewahren kann und hier hat man die küche momentan wird sie beide hier und essen hier das heißt hier haben wir alles schön zusammen küche ist schön groß es ist praktisch eingerichtet man hat alles um sich herum was man braucht tolle küche tolle küche wenn wir jetzt hier weitergehen dann kommen wir hier zum hauptschlafzimmer es gibt oben auch noch ein schlafzimmer aber jetzt erstmal hier hier ist das hauptschlafzimmer mit ankleide zimmer vom ankleide zimmer welches hier ich will jetzt die schränke nicht aufmachen vom ankleide zimmer welches hier kommt man hinein ins badezimmer welches auch schön groß ist in einer schönen großen duschkabine bd wenn man auch zu zweit hier ist man hat zwei waschbecken tolle sachen auch hier klimaanlage wäre das nicht mehr extra weh weil überall ist klimaanlage bis auf im keller da brauchen wir die nicht dann hat man hier das ist eigentlich das enkelzimmer und das sieht man nämlich weil hier sogar viele püppchen und so oben drauf sind hat man hier also auch noch ein schlafzimmer fenster also alles toll dann hat man hier noch ein extra badezimmer für die gäste auch die auch auf der terrasse sind oder für der besuch der da ist hat man hier noch mal ein extra badezimmer und jetzt gehen wir mal nach oben das sieht nämlich so toll aus hier mit dem glasbaustein diese diese berundung oder das tageslicht hinein fällt das ist echt klasse auch hier merkt man wieder die treppen sind etwas großzügiger alles ist einfach ein bisschen besser oder viel besser als in einem haus welches einfach gebaut wird damit verkauft wird hier haben wir jetzt zwei schlafzimmer und ein badezimmer hier ist das etwas kleinere trotzdem haben wir noch groß genug kann auch gut als büro benutzt werden entschuldigung deswegen gibt es ja auch der ist auch der schreibtisch hier wieder zentral heizung wieder klimaanlage ich habe zwar gesagt ich werde sie mal sagen aber ich sage es einfach und hier haben wir ein weiteres größere schlafzimmer alles mit einbauschränken von dem wir das ist nämlich jetzt die tolle sache hier raus zur terrasse kommen und hier hier ist mal wieder draußen teil ist überdacht man kann den pool sehen wenn ihre kinder unten spielen dort ist die einfach für die autos da kommen wir gleich hin da gehen wir gleich mal nach unten man kann haben das gesamte haus herumgehen bis auf die einfahrt weil da sind natürlich die autos also wenn man besuch über längere zeit da hat ist das natürlich ideal hier weil hat jeder so ein bisschen privatsphäre wenn man selbst unten ist und der besuch dann hier oben ist und trotzdem auch eine separate terrasse fantastisch jetzt gehen wir mal ganz nach unten und schauen uns mal an was wir ganz unten finden ich verrate schon mal stellplatz für drei autos drei die meisten froh wenn der einstellplatz haben in der garage in der tiefgarage hier reden wir von drei autos und hier ist die autoeinfahrt sie sehen schon wie breit die ist ich weiß nicht ob jetzt zwei autos nebeneinander vorbeikommen naja das ein bisschen übertrieben aber die ist wirklich breit weil man hat hier platz für drei autos das ist platz und trotzdem hat man hier noch abstellmöglichkeiten wenn wir so ein großes haus haben mit abstellmöglichkeiten natürlich auch super die brauchen sie haben sie sehen dass jetzt mal mit drei autos da sind dann steht hier feliz cumpleaños herzlichen glückwunsch zum geburtstag warum also hier unten auch der partykeller verbirgt versteckt für den besuch der kommt und der ist hier hier im partykeller mit klo übrigens auch hier partykeller mit kamen mit dem richtigen tresen können sie sich vorstellen wie das ist wenn man dann hier ist und ein klassiker sieht klassiker sein real madrid gegen barcelona spielt da hocken wir alle vom fernseher ich bin zwar kein großer fußballfan aber das muss man sich immer anschauen wenn man das hier mit seinen freunden zusammen sehen kann oder geburtstags feiern hat tresen hat man hier mit kühl aggregaten auch und auch hier mit barhockern kamin hat man hier einfach um ein geselliges beisammen sein zu haben und wenn man dann soweit ist für das weinchen für das gute weinchen dann steht man auf geht hier hinten hin und dort hat man die bodega hier bewahren sie ihren wein auf hier wird er gestaut ich glaube schon fachgerechte deswegen ist das ja so angelegt auch wenn man fast wein haben möchte hat man das hier also man sieht schon dass er besitzer was davon versteht besitzer verkäufer dass er was davon versteht und dass er deswegen das ganze hier so schön angelegt hat und jetzt gehen wir mal nach oben und dann schauen wir uns ein bisschen die daten an schönes haus da zahlt man steuern im jahr ist ja auch ein wichtiger punkt 1050 euro im jahr an steuern ich muss meine brille rausholen wir haben gesehen vier schlafzimmer drei badezimmer die obere terrasse gesehen wir haben die untere terrasse gesehen damit garten hier sehen mit pool währenddessen gehen wir zu langsam nach hinten versuch mal ein bisschen rückwärts zu gehen wir reden hier von 396 quadratmeter wohnfläche wohnnutzfläche 800 quadratmeter grundstück wie gesagt der konstrukteur ist der besitzer und er selber vom beruf konstrukte hat alles ein bisschen besser gemacht man merkt es auch wenn man hier ist wenn man jetzt draußen ist neben der palme gleich dahinter ist eine der tollsten erfindung neben der siesta und neben den tapas in spanien seine tolle erfindung eine außenküche zu haben gibt es mittlerweile war ganz viel aber früher haben ich kann das nur aus spanien wenn sie drinnen in der küche ihre geliebten gambas braten dann ist das auch der geruch der sauer schon ein paar tage dann raus zu bekommen deswegen gibt es sowas hier mit kamin zum grillen auch im ofen ist mit dabei wo man sich seine pizza machen kann oder seine lasagne wenn man heizen kann auch abwaschmöglichkeiten geselliges beisammensein hier mit den freunden wir sind jetzt auf der hinteren terrasse erinnern sie sich an die kleine tür von der küche das ist diese tür hier wo man dann aus der küche heraus kommt und hier nach hinten geht warum wenn sie hier setzen und mal eben kühles bier haben wollen dann ist es in der küche drin da holen sie das eben raus gut durchdacht dass ich wirklich drei gedanken gemacht ich wiederhole mich 800 quadratmeter grundstück 396 quadratmeter wohnfläche natürlich inklusive der garage unten und das ganze für 760.000 euro 760.000 euro und das wäre ihr es das ist unter 2000 euro pro quadratmeter bei dem in dem tollen zustand wie das ganze ist in der lage aguas nuevas in torre vieja in dieser lage es ist wenn ich das geld hätte es wäre meins aber wie gesagt bin gerade umgezogen jetzt muss ich immer wieder kräftig arbeiten wir sehen uns bald wieder vielen dank und tschüss 1